Du machst den Stream jetzt aus und raadest mich. Was willst du tun? Kannst nichts gegen tun. Ewa, Spark, warum? Spark, das ist ... Hallo? Ja, ich bin der Vormund. Ach so. Kinder müssen noch für irgendwas gut sein. Ich glaub, du musst noch Kindergeld bezahlen, kann das sein? Nee, 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 die arbeitet ja schon. Die muss mir bezahlen, damit sie wohnen darf. Nur die Rechte, nicht die Pflichten. Mal gucken, wann sie wiederkommt. Es sei denn, die wollte eh jetzt gehen. Nein, safe wollten die nicht gehen, oder? Es sei denn, Fuchse kann nicht rejoin. Ja, moin. Ja, genau, ist Login-Server down. Hast du sie gebannt, oder was? Nein, aber die Login-Server ... irgendwie konnten ein paar Leute nicht connecten und so. Spark, hast du eigentlich schon mal versucht, dich selber zu bannen? Ich hab's nicht vor, zu probieren. Doch, versuch, versuch mal. Aber warum? Einfach nur, um zu gucken, ob's geht. Nee. Hä, wieso nicht? Das ist doch für die Wissenschaft. Nein. Ja, aber du kannst dich ja wieder unbannen, theoretisch. Ja, müssen wir mal gucken. Also, ich hab ja Zugriff über die Konsole. Damit geht wahrscheinlich alles, aber ... Ja, eben, also kein Problem. Slash unbann Spark in der Konsole, falls das geht. Nee, ist egal. Also, ich seh jetzt nicht den Sinn dahinter. Doch, dein Chat will das safe auch sehen. Ich will wissen, ob's klappt. So, ob man sich als OP selber bannen kann, so weißt du. Ich hab's mal bei Twitch versucht, da geht's nicht. Du hast immer deine Selbstbann-Experimente. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ja, auf Twitch. Ich hab's auch schon hier auf dem Server versucht, aber es geht leider nicht. Ich hab auch schon Slash-Strop-Server gemacht, aber es funktioniert nicht. Kannst du das einmal ausprobieren? Nein, ich will es nicht ausprobieren. Du kannst dich doch wieder entbannen. Das wäre dann 10 Sekunden, falls es klappt. Nein, keine Ahnung. Nee, ich mag das nicht so. Spark bitte. Nee. Aber bitte, Papa. Nee. Ich kann dich bannen und gucken, ob das funktioniert. Nee, das geht ja. Das wissen wir schon. Ja. Ja, aber ... Nee. Will dein Chat das nicht wissen jetzt, oder was? Nee, ich bann mich jetzt nicht selber. Das funktioniert ja wahrscheinlich gar nicht. Da steht wahrscheinlich, you cannot bun yourself, oder so. Nee. Als Operator kannst du bestimmt alle Accounts. Wenn du's bei Space damals ging, dann ging das hier bestimmt auch. Nein. Haben die safe gepatcht? Nein, ich mach das nicht. Mann, das pack mir doch mal. Nein, ich tanze nicht gern, wenn Leute mir was erzählen oder befehligen. Ja, du sollst ja nicht tanzen. Ja. Ich will ja auch nichts befehlen. Ich hab dich ja gebeten. Nein, ich möchte das aber nicht ausprobieren jetzt. Aber warum? Warum? Weil du dich so beharrig drauf beharrst. Ist halt ne haarige Sache, wenn du so drauf beharrst. Na, Rika, mach doch mal. Nein, ich mach das nicht. Dann ist das auch mal funny. Nee, ich mach das nicht. Wie so ein Kind, weißt du? Nee. Nee. Spark räumt die Spürchen aus. Nee. Nee. Mann, ich muss so Sanktionscommands machen. Die ich geben kann, um Leute zu punishen, die mich nerven. Dann drück ich immer einen Knopf oder mach eine Function. Dann haben die irgendwie so ein Zehnlund Slowness oder so. Das ist ein spannendes Park. Was checkst du, was ich meine? Lass doch mal ausprobieren, so. Nein. Ich bin da leer gestiegen, dumme Dinge. Warum hast du das Projekt dann gemacht? Oh! Vielleicht bin ich jetzt sogar schon live, wenn ihr das seht. Schaut vorbei auf Twitch, Link in der Beschreibung. Wir machen wieder Bonus-Folgen für Kanalmitglieder als Dankeschön. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch mal reinschaut. Und das Bootkanal wird ebenfalls aktiv betrieben. Ebenfalls Content auf Doom mit rausgeballert. So viel dazu, weiter geht's. Ja, aber Spark? Mhm. Könntest du denn mal gucken, ob du zum Beispiel Fabo banden kannst? Ich banne jetzt keine Leute. Aber Fabo hat bestimmt irgendwas gemacht, was das rechtfertigt. Das ist halt einfach nie der richtige Zeitpunkt zu experimentieren mit Bands und sowas. Ich mag das nicht. Generell nicht mehr im Stream. Okay, wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Ja, wenn du jemand anders willst spielen lässt, dann können wir noch drüber reden. Kannst du wieder so bannen? Ja, also Fuchsel kommt nicht aufs Server, aber ich kann dir nichts machen. So, weißt du? Der Server läuft. Das sind irgendwelche Connection-Dinger. Mann, Spark, dafür hast du einen Bann verdient. Lass Fuchsel doch wieder auf den Server jetzt. Nee. Doch. Ich verbiete das. Ich banne dich jetzt. Probier. Kannst du mir kurz OP geben? Homie, bist du grad da? Homie? So, er wollte's haben. Nee, ich hab nur kurz gekickt der. Oh, jetzt kann der auch nicht connecten. Oh, jetzt kann er auch nicht connecten. Hahaha. Ja, das wäre natürlich... Dann können wir nicht die ganze Zeit breit erzählen. Mann, kannst du mal bannen? Kannst du dich mal selbst bannen? Kannst du den mal bannen? Ich hab den nicht gebannen. Ich hab nur kurz gekickt vom Server. Wenn ich mal gut drauf bin, 5 Uhr morgens oder sowas, dann kann schon mal sein, dass jemand mal... Wann? Warum bannst du denn mich? Weil es wissen, ob's geht. Das hat jetzt aber 10 Minuten gedauert, bis ich wieder auf den Server kam. Das war ja richtig ätzend. Ja gut, irgendwie Connection, aber... Keine Ahnung, wo das her kommt. Ich hab Spark gesagt, er soll sich bannen, dafür, dass er dich nicht auf den Server lässt, dann wurde ich gebannt. Ich hab dir ein Bild geschickt auf Discord. Was für ein Bild? Du hast gesagt, dass ich mich bannen soll, einfach nur, weil er wissen will, ob's probiert. Und ich hab dich auch nicht gebannt, sondern ich hab dich gekickt. Da stand Joabant. Das hab ich hingeschrieben als Nachricht. Du bist aber ein 31er Spark, so sieht's aus. Ich hab den nur kurz gekickt und deine Message hingeschrieben. Dann kannst du aber jetzt mir den Gefallen tun und versuchen, ob du dich selber bannen kannst. Nein, ich bann mich nicht selber jetzt. Mach doch einmal, Fuchs. Willst du das nicht auch? Ja. Siehst du? Als gesetzlicher Vormund hab ich das letzte Wort. Mann, Homie! Homie, jetzt mach noch mal Spark! Homie, willst du Geld verdien? Homie, kannst du mir kurz OP geben? Nur kurz so? Nur kurz so? Was will Spark machen? Sich feuern, oder was? Warte, ist der Server nicht von Early Boy? Der Server läuft nicht von Early Boy, ja. Geil, alles klar. Trotzdem übernehme ich das, weil ich hab alles mehr oder weniger allein gebracht. Ich hab vielleicht kurz OP-Rechte gegeben auf dem, äh, Minecraft-Element-Server. Ich möchte Spark bannen kurz. So. Ich bin gut mit Early Boy Boy. Wann habt ihr uns da jetzt geredet? Gestern. Oh! Oh! Ah, okay, ja. Ja. Äh, es wird und bleibt spannend. Oh, lol. Das war aber Homie. Das war Homie. Ah, haha. Ne, das war Early Boy. Das war safe Early Boy. Weil Klim ihm das gesagt hat. Der hat nicht sehr viel gemacht. Doch, der hat das Status-Plugin geupdatet, damit man einen Custom-Status einstellen kann. Ich kann nicht... Ich war grad gebannt. Warum möchtest du dich bannen? Ich glaub, äh, Klim hat Early Boy geschrieben. Ich hab direkt Early Boy Paying geschrieben, danke. Ah, haha. Ah, haha. Ah, haha. Ah, haha. Leute sind alle fertig. Ah, haha. Ich kann doch das nicht mehr. Aber du bist doch dran schuld. Ah, haha. Ah, haha. Es ist ja Early so. Ich liebe Early Boy. Ja, dann schalte ich jetzt einen Server ab. No. Was wollt ihr dagegen machen? Ah, ich bin Klimtopia. Ich hoffe, dass war Realtalk nicht schlimm oder so. Nein. Okay. Du darfst an Klimtopia spielen und da aus Fursten weiter Kakao fahren. Ah, haha. Warte, ich muss mir den Clip angucken von dir. Warte, ich muss gucken. Weißt du, ich schreib's so die ganze Zeit mit Early mal hin und her. Und... Und ich sag zu Early, sag mir auf jeden Fall Bescheid, wenn du ready bist. Er so, ja, geht nicht, er ist grad in Fights. Ja, so wird's mir gedankt. Schade. Da gibt man sich so viel Mühe für ein Datapack und dann sowas, gell. Ja, erst lacht mich Blizzard aufs Erbärmlichste aus. Haha. Und jetzt Klimm. Fokuss, wann bist du dran? Warte, ich lach doch schon. Oh Gott, oh Gott. Nächstes YouTube-Video, ich werde von meinen Teilnehmern ausgedacht. Haha. Fünf Stunden dann Aufnahme. Spark, du darfst aber kein Video darüber machen, ne? So funktioniert das nicht. Du wolltest gewannen, Spark, das ist deine eigene Regel. Ja. Darfst du dich auch, wenn du verklickst? Spark? Da kommt sowas von Video von, das muss sich gelohnt haben. Ich mach Video, ich banne Spark auf dem Element-Server. Oh mein Gott, Jesus. Oh mein Gott, Jesus. Erst ist Spark, irgendwie ist heute weggemobbt. Erst die Bales, jetzt das. Ich kann nicht, ich bin da ehrlich. Ich kann nicht mehr, das ist absolut geil. Ich kann nicht spielen. Und das ist... Early Boy schreibt mir noch, Spark meinte, der hat ja eigentlich nix gemacht, außer das Start des Plugging. Boah. Hahahaha. Hahahaha. Digga, was ist das denn für ein Fronter geworden, hier in einem Projekt? Hahahaha. Hallo, das warm Eifer des Gefechts. Hahahaha. Mark, kommst du mit einer Nacht? Ich kann nicht mehr Jungs, dieses ist einfach nur extrem Ich kann das alles nicht mehr Klümpf liegt voll weg Ich auch Was ist denn mit dem los? Aber Klümpf liegt weiter als ich Digga, ich bin einfach Oh, das kannst du nicht machen Digga, was ist denn das Projekt? Digga, ich kann das alles nicht Warum hast du mich geschlagen, Riol? Hatte Bock drauf Magst du nicht? Zum Glück konnte ich nicht hören, was du gesagt hast Fuck, wie geht's dir? Mir geht's gut Alles gut Ich kann das alles nicht Das zerstört mich